Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute mal wieder lebensnahe Bilder aus dem wahren Leben, aus dem Ishan in Thailand. Und zwar hier am Zulauf vom Nampungsee. Sind die Leute jetzt hier am Fischen da? Hat wohl gut geregnet, jetzt kommen die ganzen Fische hoch hier. Sind sie am Fischen schon den ganzen Morgen? Ich will mal gucken, was die da so am Fangen sind und wie sie es da machen, mit den Netzen zu schmeißen. Okay? Ja, ne, sind hier irgendwo auf der Wiese hier. Irgendwo auf der Wiese bei den Kühen. Da ist der Zulauf zum Nampungsee. Und die Leute am Schmeißen hier. Geh mal gucken, ma? Alle am Fischen hier. Kleine Party. Bisschen unterm Sonnenschirm sitzen. Machen sie mit einer Senke sind sie dabei. Guck mal, mit einer Senke. Mit Netz. Wasser läuft so runter. Wasser läuft so runter. Aber kleine nur, ne? Ja, gut, gerade für Fischstuppe, ne? Ja, gut, gerade für Fischstuppe, ne? Zup! Ne, ja, zup, ein Lärm, Lärm. Oder, oder Fischstuße. Ja, auch gut. Aber das muss auch lernen, erst mal, ne? Mit dem Netz da zum Schmeißen, ne? Dass es so schön rund geht. Muss alles erst mal lernen, da, du. So, hier, komm. Das ist nicht so ohne, du. Es sieht einfach aus, ne? Es sieht einfach aus. Aber dass es dann so rund wird, ne? Ich hab's auch mal, ja, ey, der Busch war wirklich Lärm. Der Schwiegerpapa hat mir auch mal gezeigt, ne? Wie das da so funktioniert. Ich krieg's nicht so hin, so wie er das macht, ne? Ehrlich wahr, ne? Wie sind wir jetzt? Viertel vor neun haben wir jetzt. Viertel vor neun haben wir jetzt. Viertel vor neun haben wir jetzt auch noch ein paar Fische, ne? Senke am Machen hier. Netze, ja, Strömung ist auch noch da, ne? Was haben denn für Fische da? Bakau. Hm? Bakau. Bakau? Bakau? Komm, sieh rein mit deiner Schuhe. Ich hab auch meine Sonntagsschuhe heute an hier. Oh, hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Boah. Deine Riesensenke, va, guck mal. Bakau. Bakau. so natürlich haben alle hier einen angelschein und eine angelprüfung abgelegt selbstverständlich jetzt gebühren dass sie hier angeln dürfen natürlich hat das hier keiner jeder kommt hierher jeder kommt hierher schmeißt sein netz seine angel scheißegal was ist hinein ohne angelschein ohne irgendwelche fischereiprüfung oder was blödsinn wir sind in thailand und wer netz schmeißen kann der schmeißt sein netz da rein fertig ist das die fische sind deine was daraus zieht natürlich gibt es hier keine netzgröße oder so dass sie da die kleinen fische dann nicht rausnehmen scheiße ja aber drin ist nehmen sie mit gut die ganze klein werden sie von sich aus das schon raus machen ist klar man denkt ja auch ein bisschen an die zukunft das war noch später noch ein paar größeren rausziehen können aber im allgemeinen des was drin ist ist drin und wird gegessen sagt hätte ich kleine 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 hey da ist ja gut gefangen und natürlich alles mit klamotten rein normal ja 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 Die Dicken. Steinauter, auch gut. Eine Sackchen, ne? Echt? Steinauter, Steinauter. Nein. Er hat nur diese. Ich denke, gestern Abend. Ja, Strömung hat es ganz schön da drin. Wasser kommt so rein hier. Läuft dann hier runter. Da geht es dann weiter bis hinten hin zum Nampungsee, ne? Zu dem Stausee. Bleibt es dann da rein. Wir müssen lernen in Thai. Nein. Er muss auch schon lernen. Ja gut, ja. Natürlich. Ich muss lernen. Papa hat mir doch schon mal jetzt gezeigt. Aber ich kriege es nicht so hin. Soll ich heute lernen hier? Ja. Aber die holen wir jetzt nicht in unsere Teiche, ne? Dass die zu uns kommen hier mit ihrem Netz hier. Das wird warm. Und der kleine kann auch schon, ne? Das klappt. Ich guck, ich guck. Ich guck, ich guck. gerade mal 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 mal. Du bist so klein. Ich guck, ich guck, ich guck dich. Und du vistest. Ja, ich guck dir jetzt. Wunderbar. Wie sterben wir da jetzt? Bist du nicht noch? Hauptsache die Zigarette bleibt trocken. Tüttel weg. Ist es fest? Komm noch mehr. Gut. Holz, oder? Netz fest. Der hat ein großes Netz da, du. Ich krieg das Netz nicht raus hier. Hängt fest irgendwo am Holz oder was. Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er hier. Der Kollege hat zwei freigemacht. Ich werde kommen und dann schütteln. Ich habe Fisch. Ich habe Fisch. Ich habe Fisch. Ach so, das ist ja ganz einfach. Ach so, hier. Also die Kollegen da, die brauchen das Netz gar nicht rausschmeißen. Die gucken erst mal auf die Wiese, was da noch rumliegt für Fische. Sonst haben wir gleich immer so einen. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das mit der Senke ist nicht so produktiv. Ich krieg nicht so viel da raus. Ich krieg nicht so viel da raus. Schöne. Schön gemacht. Mit Bambus dran. Netz dran. Drangetüdelt. Fertig. Schauen wir mal, dass es eine Senke ist. Schön hier, ne? Was für ein lauschiges Plätzchen. Was für ein lauschiges Plätzchen. Was für ein lauschiges Plätzchen. Ne. Nix. 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 Und? Was fällt euch noch auf? Was fällt euch noch auf? Alles normale Menschen. Ohne Windel im Gesicht. Einer, einer hat eine Windel um. Einer hier. Sonst alle ohne Windel im Gesicht. Schön. Ja, das ist ein kleiner, der ist ein kleiner. Kleiner, ja gut. Nicht neu. Ich gebe dir die Kamera und du schwimmst mal geschwind eben rüber, ja? Ja, das schaffst du doch kaum hier, he? Guck, der Kollege braucht gar nicht ins Wasser, er sammelt alles da auf. Ja, gestern hat es viel geregnet, das heißt hier stand das Wasser auch noch höher. Und die Fische, ja, die sind ein bisschen dumm, ne? Und dann bleiben dann in dem Gras da oben da liegen, da. Zu blöd zum Schwimmen. Er hat sich hier oft gesammelt. Auch nicht schlecht, auch eine Möglichkeit. Aber das Schöne ist ja, weißt du, alles ohne irgendwie Angelscheingenehmigung und ach, scheiß der Hund drauf da, ne? Fertig hier. Hier wird geangelt, wie du willst und mit Netz oder was, spielt gar keine Rolle. Auch auf dem großen See, jetzt kannst du rausfahren mit einem eigenen Gebot oder so, spielt gar keine Rolle. Anken, ne? Ne, und dann kannst du da Fishing machen, das interessiert hier alles niemanden, ne? Und du kannst hier wirklich, nur nicht im Wald, ne? Im Wald, also da darfst du jetzt nicht rein, hier gegenüber in dem Nationalpark, ne? Wenn du da was rausklaust, dann da irgendwie ein Vogel oder ein Tier oder was, ne? Dann geht es aber auf die Finger, ne? Aber hier, pfff. Oh, sie hat den. Du, 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 du. Jetzt hat sie was in ihrer Senke. Jetzt hat sie was. Endlich. Musst du schon wieder deine Finger überall hin stecken. Nicht passiert. Das Stecken. Ja, die würde ich noch drin lassen, die kleinen Vieh schließt hier, ne? Jetzt hat sie einen Platzwechsel gemacht. Ja, hier. Hier. Mit ihrer Senke. Besser. Schön. Sie hat gesagt, normalerweise, sie mag mit Netz. Dieses Jahr, sie mag mit Zadung. Aha. Zadung heißt das Ding. Zadung. 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 Ja. Super. Ich glaube, hier kommen auch da lang, ne? Gut, Strömung drin, ja. Ich weiß, der Papa hat auch schon mal was gemacht, so ein Ding da. Da ist ganz schön Strömung drin da, ne? Zadung. 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 Ohne. Zadung. Denial. Zadung. 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 hier. Gut, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe aus Thailand, auch beim Fishing, das Abo kostet beim Uwe nix, ne? Abo, wenn ihr noch nicht habt, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr noch nicht habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Also, und tschüssli. 50. Tschüss.